Okay, probieren wir es doch mal. Okay, und jetzt kannst du hier auf Game gehen und starten. Okay, warte, lass ich mal die Ding ausschalten. Oh, ist meine Maus hin. Meine Maus hat sich verabschiedet. Maus hin. Oh, jetzt musst du wieder unterbrechen. Ich muss mal gucken. Ach, so, jetzt halt. Okay. Ja, okay, ja. Äh, ach Gott, ich hab die Config vergessen. Dann bin ich ein Depp. Das ist ja jetzt auch nur mal so eine kleine Testaufnahme. So, jetzt selber. Depp. Night of the Round. Machen wir mal Option kurz. Spielmodi. Easy. Ähm, passt alles. Gut. Machen wir mal erstes Level Testaufnahme, das ist sehr kurz. Okay. Auswahl. Und Startcharakter. Ah, ich mag die Musik. Okay. Schauen wir mal, ob ich es noch kann. Stage, watch the heart. Mein Name ist Radella. Mein Name ist Radella. Kannst du das zu zweit spielen? Das kann man zu zweit spielen. Das war, wie habe ich heute gemacht gerade. Ich bin gerade in den Witz. Mal gucken, ob ich das, äh, so. Das zweite ist auch lustig. Oh mein Gott. Boah, okay, 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 okay. Röntete, röntete, röntete. Oh, Arschloch. Hm. Oh Gott, ich bin so aus dem Witz wie rauswirken. Steuerung, wenn ich falsch gelegt, oder? Geht's also, bin ich gerade in die Geräume? Ah, so geht das. Okay, die beiden Tapfen gleichzeitig. Ach, egal. Weiter geht's. Tcha, 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 tcha... OK. Oh, wie viel Schade die Dinge halt machen. Hier, komm her. Ach, wieviel Schade die Dinge halt machen. Geh, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her! Das sieht ja wieder mal cool aus, eigentlich. Bam... Bam alleine. BAM tot! Richtig? Willst du einen thoughthelm tun? Pische Chance zu poser... nom hermannlich! Nicht, auf die Spitze! Zum ... Es gibt riesigeication! Komm her. Komm her! Komm her! Ich habe das Spiel zu lange nicht gespielt! Ich bin total raus. Stimmt! Komm! Ich will jetzt kein Game Over haben. Yes! Bingo! Yes! Gewonnen! So, hast du jetzt mal aufgenommen? Ja! Wir müssen ganz ruhig eigentlich mal die Aufnahmen vorsehen. Okay, was geht? Lass mich das erste durchlaufen. Dann macht ein Tausendet. Ja klar! Ja! Gut, wenn jetzt vielleicht das zweite Level ist, kann ich einfach pausieren. Ja, da, 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 da! Interessiert mich nicht! Weiter! Let's do Start-Pause! Okay, so. Na, du kurz mal hier. Let's escape. So. Kannst du hier...